Der Traktor wird jetzt reingefahren. Du weißt, das ist jetzt ein bisschen gemein, Otto. Aber du verstehst ja Spaß, hoffe ich. Jetzt bin ich gespannt, dass er kommt. Arschloch! Ein Arschloch, oder? So soll das ungefähr aussehen, Otto. Was hat das genommen? So. Er hat sich seinen Bauch ausgestopft. Ich weiß, du siehst ihn ja nicht. Er hat sich seinen Bauch ausgestopft. Er ist aber blader als wie ich jetzt. Und hat Kniebeugen gemacht. Das müsst ihr mir auch bestimmt anschauen. Du weißt ja...